In diesem Video werden wir uns ausführlich mit dem geheimnisvollen Prophezeiung der drei Tage der Finsternis befassen. Einer Prophezeiung, die tief im Glauben und in der Tradition verwurzelt ist. Obwohl sie außerhalb der offiziellen Anerkennung der katholischen Kirche bleibt, handelt es sich um eine faszinierende Erzählung, die auf Berichten und Visionen über Jahrhunderte hinweg basiert. Das apokalyptische Szenario, das beschrieben wird, beinhaltet die Erde, die für drei Tage und Nächte in absolute Dunkelheit gehüllt ist, begleitet von Naturkatastrophen und übernatürlichen Phänomenen. Die Interpretationen reichen von einem realen, katastrophalen Ereignis bis hin zu metaphorischen Bedeutungen. Und die Prophezeiung bietet eine kraftvolle Botschaft über den menschlichen Zustand, das Böse und die Suche nach Erlösung. Historisch betrachtet spiegelt es Ängste und Hoffnungen verschiedener Zeiten wieder, während wissenschaftliche Ansätze die Durchführbarkeit solcher Prophezeiungen infrage stellen und auf psychologische Phänomene hinweisen, die zu ihrer Entstehung beitragen. Letztendlich regt die Prophezeiung dazu an, über unsere kollektiven Ängste, Hoffnungen und die Suche nach Sinn in einer unsicheren Welt nachzudenken. Die Prophezeiung beschreibt nicht nur physische Ereignisse, sondern auch übernatürliche Manifestationen, einschließlich dem Erscheinen böser spiritueller Wesen und Dämonen. Die einzige Möglichkeit, diese apokalyptische Zeit zu überleben, besteht darin, drinnen zu bleiben, zu beten und nachzudenken. Türen und Fenster müssen geschlossen bleiben und die Gläubigen werden davor gewarnt, nach draußen zu schauen, da dies Lebensgefahr bedeuten könnte. Die Botschaft der Prophezeiung ist tiefgründig und hat verschiedene Interpretationen hervorgerufen. Einige sehen es als eine buchstäbliche Warnung vor bevorstehenden Katastrophen, während andere es als Metapher für eine Zeit der spirituellen und moralischen Prüfung betrachten. Die Symbolik von Dunkelheit und Licht spielt eine entscheidende Rolle in diesen Interpretationen. Wobei Dunkelheit für das Unbekannte und Licht für Erleuchtung und Erlösung steht. Unabhängig von der Interpretation bietet die Prophezeiung eine starke Botschaft über den menschlichen Zustand, die Natur des Bösen und die Notwendigkeit der Erlösung und Reinigung. Es reflektiert Ängste vor dem Unbekannten, die Macht natürlicher und übernatürlicher Kräfte und den Glauben an göttlichen Schutz vor extremen Herausforderungen. In diesem Video werden wir uns ausführlich mit dem geheimnisvollen Prophezeiung der drei Tage der Finsternis befassen. Einer Prophezeiung, die tief im Glauben und in der Tradition verwurzelt ist. Obwohl sie außerhalb der offiziellen Anerkennung der katholischen Kirche bleibt, handelt es sich um eine faszinierende Erzählung, die auf Berichten und Visionen über Jahrhunderte hinweg basiert. Das apokalyptische Szenario, das beschrieben wird, beinhaltet die Erde, die für drei Tage und Nächte in absolute Dunkelheit gehüllt ist, begleitet von Naturkatastrophen und übernatürlichen Phänomenen. Die Interpretationen reichen von einem realen, katastrophalen Ereignis bis hin zu metaphorischen Bedeutungen. Und die Prophezeiung bietet eine kraftvolle Botschaft über den menschlichen Zustand, das Böse und die Suche nach Erlösung. Historisch betrachtet spiegelt es Ängste und Hoffnungen verschiedener Zeiten wieder, während wissenschaftliche Ansätze die Durchführbarkeit solcher Prophezeiungen in Frage stellen und auf psychologische Phänomene hinweisen, die zu ihrer Entstehung beitragen. Letztendlich regt die Prophezeiung dazu an, über unsere kollektiven Ängste, Hoffnungen und die Suche nach Sinn in einer unsicheren Welt nachzudenken. Die Prophezeiung beschreibt nicht nur physische Ereignisse, sondern auch übernatürliche Manifestationen, einschließlich dem Erscheinen böser spiritueller Wesen und Dämonen. Die einzige Möglichkeit, diese apokalyptische Zeit zu überleben, besteht darin, drinnen zu bleiben, zu beten und nachzudenken. Türen und Fenster müssen geschlossen bleiben und die Gläubigen werden davor gewarnt, nach draußen zu schauen, da dies Lebensgefahr bedeuten könnte. Die Botschaft der Prophezeiung ist tiefgründig und hat verschiedene Interpretationen hervorgerufen. Einige sehen es als eine buchstäbliche Warnung vor bevorstehenden Katastrophen, während andere es als Metapher für eine Zeit der spirituellen und moralischen Prüfung betrachten. Die Symbolik von Dunkelheit und Licht spielt eine entscheidende Rolle in diesen Interpretationen, wobei Dunkelheit für das Unbekannte und Licht für Erleuchtung und Erlösung steht. Unabhängig von der Interpretation bietet die Prophezeiung eine starke Botschaft über den menschlichen Zustand, die Natur des Bösen und die Notwendigkeit der Erlösung und Reinigung. Es reflektiert Ängste vor dem Unbekannten, die Macht natürlicher und übernatürlicher Kräfte und den Glauben an göttlichen Schutz vor extremen Händen.